Bilder-Fakes sind ein Riesenproblem. Wir erklären euch, wie ihr sie in wenigen Sekunden erkennt. Die AfD wirbt mit diesem Foto für mehr Sicherheit. Zu sehen ein Autonomer, der auf einen Polizisten einschlägt. Kopiere die Bildadresse. Gehe zur Google-Bildersuche, klicke rechts auf den Fotoapparat, kopiere die Bildadresse hinein, das Ergebnis zeigt, viele Medien haben das Foto bereits als Fake and Loved. Die russische Suchmaschine Yandex.com bietet sich als Gegenkontrolle an. Klicke auch hier auf den Fotoapparat, kopiere die Bildadresse hinein. Auch hier gibt es viele Indizien dafür, dass das Foto manipuliert ist. Weniger als 30 Sekunden dauert ein Fake-Check. Lass dich nicht verarschen. Details und Link-Tipps stehen hier unter dem Video in der Beschreibung. Schreibe in die Kommentarfunktion Tools, die du vielleicht gut findest und like uns sehr gerne. Der Fake-Check.